4. Oktober 2018, 22 Uhr 13, Trainer Corner zog mit Bayreuth in die Gruppenphase ein Basketball-Bundesligist Midi Bayreuth ist zum zweiten Mal in Folge in die Gruppenphase der Champions League eingezogen. 5. Die Mannschaft von Trainer Raoul Corner siegte im Rückspiel der dritten und letzten Qualifikationsrunde 86 zu 73, 40 zu 41 gegen Polens frisch gekürten Supercup-Sieger Polski Torun. Das Hinspiel in Polen war 73 zu 73 ausgegangen. Bereits am kommenden Dienstag empfängt Bayreuth in der Gruppe DD zur Saison 2016 17. eingeführten Champions League den letztjährigen Achtelfinal-Gegner besiegt Tars Istanbul. Im vergangenen Jahr war für Bayreuth in der Runde der Besten Acht gegen den Bundesliga-Rivalen MHP Riesen Ludwigsburg in Stadtsünn. Im vergangenen Jahr war für Bayreuth in der Runde der Besten Acht gegen den Bundesliga-Rivalen MHP Riesen-Gegner besiegt Tars Istanbul. Im vergangenen Jahr war für Bayreuth in der Runde der Besten Acht gegen den Bundesliga-Rivalen MHP Riesen-Gegner besiegt Tars Istanbul.